Hallo zusammen, ich bin Nils, ich bin Automatiker im vierten Lehrjahr und führe euch heute meine Ausbildungsstelle in der Raidetechnik AG. Kommt doch mit! Die Firma Raidetechnik produziert am Standort Raiden komplexe Werkzeugmaschinen für CNC-Fräsen und Dreien. Ich habe mich für die Firma Raidetechnik beworben, weil es ein guter Standort ist. Man hat vielseitige Arbeit, wie für Kabel und Inbetriebnahme. Man sieht die verschiedenen Bereiche der ganzen Firma und hat ein gutes Team. Die Arbeit, die mir am meisten gefällt, ist das Inbetriebnahme. In der Inbetriebnahme führt man eine komplexe und interessante Arbeit aus. Die Arbeit, die wir in der Firma Raidetechnik haben, kann man sich in der Firma Raidetechnik AG bewerben. Wenn man sich in der Firma Raidetechnik ausführen kann, dann bewerbe dich doch in der Firma Raidetechnik AG. Das wäre der Rundgang aus Automatiker bei der Firma Raidetechnik. Wenn es dir gefallen hat und du Interesse hast, bewirb dich doch bei uns für eine Lehrstelle oder für eine Schnupperleute.